guten morgen wir haben gepennt wir haben jetzt wir haben jetzt guck mal hier 11 uhr das heißt die ersten 13 stunden sind durch und das hat geklappt ich weiß zwar nicht ob ich in tiefschlaf war aber es hat auf jeden fall geklappt hier zu pennen das war richtig geil und hier ist herr goldmann ich bin ein einhorn ein eichhorn wie hast du geschlafen konntest du schlafen ich war richtig beschissen also ich konnte halbwegs schlafen ja aber ich hab mich dann ein bisschen weiter nach vorne gesetzt ja und das ist ziemlich hart ich hab die ganze zeit so ein stachel im kopf gehabt wie hast du den regen vorhin ausgehalten ich hab gar nichts abbekommen das ist hier nur auf den regenschirm gefallen das ist super ich bin komplett gar nicht nass geworden ja ich hatte ja diese mülltüten hier hier sieht man auch so ein paar tropfen von diesen regen ich habe auch nur ganz wenige tropfen hier auf diesen schlafsack abbekommen es hat funktioniert es ist gut ist richtig gut